Die Linzer bändeten die Hauptrunde als Tabellenführer und hatten sechs Punkte auf den ersten Verfolger FC Diamant Linz gut. Ausgleichend beim Start in die Final Four setzte es die erste Niederlage nach sechs vollen Erfolgen in Serie. Stella Rossa Tip 3 besiegte den Aufsteiger auswärts mit 5 zu 2. Es war die erste Heimpleite für die Linzer in dieser Saison. Am Sonntag kam es in der Sporthalle Holgasse in Wien zum nächsten Aufeinandertreffen. Bei einem Sieg kann Rekordmeister Stella Rossa vor den eigenen Fans den Sack zumachen und das finale Ticket buchen. Die Linzer wollen aber mit aller Kraft einen Sieg, um sich in ein drittes Spiel zu retten. Beim bisherigen einzigen direkten DL in der Holgasse feierten die Linzer im Oktober einen 1 zu 0 Sieg. DL in der Holgasse feierten die Linzer im Oktober einen Sieg, um sich in ein drittes Spiel zu retten. ... Ja, 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 ja! Aus dem Stand der Strasse, du bist bereit für uns, hey, zurück! Applaus Jubilee Number A Äh Vigil H W Fin Die! 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 Der! Die! 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 Das war's, war's! Die Kirche, die Kirche! Applaus 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 Das war's für heute. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Wir sind hier in Margareten, wo normalerweise die Handballer zu Hause sind. Heute die Fußballer, die, wer sagt man dazu? Futsaler. Futsaler, genau, okay. Interessantes Spiel ist Hallenfußball ohne Bande, kann man das so in etwa sagen? Genau, es ist Hallenfußball ohne Bande. Es wird auf ein Handballfeld gespielt mit einem kleineren Ball, der weniger springt. Die FIFA und die UEFA hat einen Ball entwickelt, der für den Hallenboden entwickelt ist und nicht der normale Fußball, der herumhupft wie ein Flummi. Also man muss schon sagen, es ist eine sehr, sehr schnelle Sportart, wo viele Tore fallen. Also ich kenne kein langweiliges Futsal-Match. Also das heißt, Futsal ist sehr wohl vom ÖFB und von der FIFA. Aber Pitch-Soccer noch nicht, ne? Pitch-Soccer noch nicht. Es gibt auch beim ÖFB die Futsal-Nationalmannschaft, das gibt es schon. Wir haben jetzt auch die WM-Qualifikation gespielt letzte Woche gegen Belgien in Simmering. Nein, nein, also da tut sich schon einiges im Futsal. Da ist die UEFA auch extrem dahinter. Es gibt auch eine UEFA-Futsal-Champions-League. Weil wenn du Meister wirst in Österreich, spielst du die Champions-League. Das ist aber auch die wahre Champions-League, weil da darf wirklich nur der Meister spielen aus jedem Land. Also in dieser Sportart tut sich schon extrem. Spanien, Portugal, Italien, da sind die Vorreiter. Das sind die ganz, ganz starken Nationen im Futsal. Jetzt wollen wir natürlich auf das Spiel auch eingehen. Erstens einmal Respekt bis zur letzten Minute gekämpft, kein bisschen aufgegeben. Also obwohl die Resignation war dann schon ziemlich stark. Ja, wir haben die erste Halbzeit wirklich gut mitgehalten. Wir sind gut mitgehalten, wir waren ebenbürtig, haben unsere Chancen nicht gemacht. Kommen raus zur Halbzeit, die machen uns gleich das 3-1. Der ganze Spielplan war über den Haufen. Und dann haben wir natürlich mehr auf Pressing spielen müssen. Wenn du auf Pressing spielst, ist es natürlich so, dass du hinten offener bist. Risiko eingehen musst. Ja, aber das ist halt so. Und sie haben natürlich uns eiskalt ausgekontert. Zum Schluss hast du vielleicht gesehen, dass wir den Torwart rausgenommen haben. Das heißt beim Futsal-Flying-Goalkeeper. Und den haben wir heute nicht so gut gespielt. Ja, aber du versuchst halt über Zahl ein Tor zu machen. Ist uns dann auch nicht gut gelungen. Dann haben wir zum Schluss noch ein paar Tore bekommen. Unterm Strich ist das Resultat zu hoch ausgefallen. Was ich sagen muss, war die Stimmung sensationell in der Halle. Also es waren über 600 Leute hier, was mir extrem taugt. Schade, dass unsere Leute halt keinen Sieg gesehen haben von uns. Das ist klar. Das heißt, das erste Mal, das erste Spiel wurde in Linz gewonnen. So ist es, 5 zu 2. Und jetzt geht es dann praktisch wieder nach Linz und da muss dann die Entscheidung fallen. So ist es. Und wenn es dort unentschieden steht, gibt es auch penaltes Schießen. Es muss dort einen Sieger geben. Ein wunderbares Spiel. Toller, schneller Fußball. Das macht Spaß. Und ja, ich kann nur gratulieren. Es war wirklich trotz alledem eine tolle Mannschaft. Manche schiedsichter Entscheidungen waren mehr als fragwürdig, würde ich einmal sagen. Aber gut, so ist Fußball. Und wie es heißt so schön, was man vorne nicht reinmacht, kriegt man meistens dann hinten. So ist es. Aber danke, dass ihr da wart. Gerne. Ich freue mich auch das erste Mal. Und es freut mich, dass auch TV21 in die Futsalhalle gefunden hat. Wunderbar. Und ich sage danke. Danke auch. Ja, jetzt habe ich einen Spieler, einen Vertreter der Siegermannschaft gewonnen. Was ist so besonders an diesem Sport? Ja, Futsal spielen wir eigentlich schon lange. Und bei uns, wir sind ja eigentlich herkünftig alle aus Bosnien. Da wird es sehr viel gespielt und für mich einer der besten Ballsportarten. Absolut. Sehr schnell. Ich muss sagen, wir gratulieren. Fantastische Leistung. Wenn es mir zwar als Wiener ein bisschen weh tut, habt ihr gerechnet mit dem Sieg? Eigentlich schon. Wir sind auf alles gegangen. Nur, dass der Sieg kommt. Das habt ihr eigentlich alles riskiert auch. Ja, wir haben heute alles riskieren müssen. Der Sieg hat sein müssen, weil sonst wären wir ausgeschieden. Jetzt seid ihr in Linz zu Hause. Ihr trainiert jetzt in Linz? Ja, genau. Wir sind aus Linz, Oberösterreich. Dort trainieren wir, dort spielen wir. Dort ist unsere Heimatstadt. Das heißt, wir warten jetzt dann nur mehr auf das nächste Mal. Da muss dann die Entscheidung fallen. Ja, genau. Nächste Woche in Linz fällt dann die Entscheidung, wer weiterkommt ins Finale. Alles klar. Tolle Leistung. Beide Mannschaften. Ich finde, dass man bis zum Schluss kämpft. Das ist im Sport nicht überall so üblich. Bei Futsal scheinbar schon. Futsal ist eine Sportart, da spielt man bis zur letzten Sekunde. Und das Tempo ist immer sehr hoch und es ist immer ein spannendes Spiel. Wunderbar, dann sage ich recht. Herzlichen Dank. Danke Ihnen auch. Danke. 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 Vielen Dank.